Mückenstich verarzten und vom Jucken befreien. Unmittelbar nach dem Stich Salzwasser darauf verreiben und danach Pflanzenöl darauf verteilen. Das lindert den Juckreiz und verhindert die Schwellung und Entzündung. Und der Juckreiz geht weg und der Stich kann heilen. Und der Juckreiz geht weg und der Stich kann heilen. Und der Juckreiz geht weg und der Stich kann heilen. Und der Juckreiz geht weg und der Stich kann heilen.